Borna. Glück ist das Thema einer Ausstellung, die seit dem 6. September 2016 im Rathaus Borna zu sehen ist. 22 Arbeiten von 13 jungen Malern zwischen 13 und 17 Jahren hängen bis Dezember im Foyer, im Treppenaufgang und auf dem Flur. Die Künstler sind alle Bewohner des Kinder- und Jugendhauses Habitat in Borna.